Hallo YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play TechHead und wir gehen einfach mal in die Hölle runter. Wir werden schon alles mithaben, was wir brauchen. Hoffe ich mal, Chatbix ist aufgeladen, jawohl. Habe ich, glaube ich, ja, habe ich aufgeladen, als ihr nicht dabei wart. Ja, es ist sowas mal. Warum nutze ich eigentlich nicht unsere Bahn? Tö, 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 tö. Wäre doch so ein schöner Weg jetzt. Aber naja, wir können ja in der Hölle die Bahn benutzen. Auf in die Hölle. Ja, 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 die Bahn hier, oh Gott, die Bahn, ich komme mir vor, als ob ich durchgehend eine Schleichwärmung machen würde. Die Bahn, wir freuen uns, in den Dienen zu dürfen oder sonst was, irgendwas, keine Ahnung. Da. Rump. Ähm, hm, 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 hm. Wow. Das, äh, war jetzt ein bisschen sehr verzögert, aber... Da kann man ja mal noch drüber hinwegsehen. Ähm, du stehst mir da im Weg. Oder? Nein, doch nicht. Gut. Dein Glück. Sonst hätte ich den einfach mal geschlagen, da wären wir sowieso nicht nachgekommen. Bestimmt, das kann ich eigentlich machen. Ähm, da sollte ich aufpassen, dass in der Nähe auf... Nein. Oh, ha, 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 ha. Tja, das ging wohl so ein bisschen daneben. Habe ja ganz vergessen, dass ich da noch nicht, äh, so ganz fertig gebaut habe. Ach, eigentlich kann ich gleich alle mitnehmen. Ach ja. Da hat ja der, äh, der Turret, sollte ich sagen. Hm, Portal 2. Schleichwerbung. Ähm. Der, der, der Turtle, so heißt's. Aha, 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 aha. Oder eigentlich... Warte mal. Ist es rum? Es ist viel zu knapp dran. Viel zu knapp. Oder kann ich... Ich könnte auch... Nee, nee, nee. Okay. Habe mich verbaut, habe mich verbaut. Dann gehört das halt alles auch wieder weg. Äh, sagen wir mal bis hier. Hm, klar. Hm. Ah, egal, das kann man mit Hand machen. Solange ich ein Chatbag anhabe, passt ja alles. Haha. Äh, äh. Falls es mir irgendwann mal passieren sollte, ohne Chatbag hier irgendwie rumzuwerkeln, dann ist es halt blöd. Aber das wird mir schon so schnell nicht passieren. Äh. Äh, warte. Da bekommen wir auch wieder einige Steinchen zurück. Okay. So kannst du nebenbei mal. Mal, ich mach mal so eine Markierung. Bis hierhin. Bis hierhin. Bis hierhin dürfen wir krabben. Okay, dann krabben wir halt einfach in die Richtung rüber. Passt auch. Oh, oh. Oh, oh. Ein böses Omen. Oh, da geht's ja höher rauf. Gar nicht bemerkt bis jetzt. Na ja. Hm. Ja, ich hatte so ein Gefühl. Ich hatte so ein Gefühl, ja. Ich fang jetzt hier an. Dann hab ich zumindest noch ein bisschen Schutz. Obwohl, die Hälfte muss ich da sowieso wieder hinbauen. Sag mal, was mach ich eigentlich? Obwohl. Ach, keine Ahnung. Ich grab das jetzt einfach mal weg. Wird schon irgendwie passen dann am Ende. Hoffen wir mal. Sonst müssen wir halt nochmal bearbeiten hier. Für die Tage wird ja eh schon alles bearbeitet. Also ist das auch egal. So, ähm, hm, 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 hm. Das war wieder ein bisschen viel. Zack, zack. So. Gut. Wow, der kann ja sehr gut zielen. Okay. So, dann, hm, 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 hm. Wie machen wir das? So viel frei. Ähm. Also ich würde sagen, frei soll das bleiben bis hier hin. Oh. Also ich sag's schon mal ganz klar und deutlich hier in der Hölle werde ich nie, nie, nie wieder, nie, nie oder nie wieder, was auch immer jetzt eher zutrifft, ohne den Chat wegarbeiten. Ich werde mich, wenn ich aufladen will. Ich werde mich, wenn ich aufladen will, feige verstecken. Und. Dann. Oh, keine Ahnung. Du kannst nicht mal. Äh, so ist das genügend Platz. Äh. Ne. Kann man die zwei auch noch weg? Okay. Das wird denn schon passen? Oder vielleicht auch noch? Ich weiss es nicht. Ich mach das ja dann mal ganz spontan. Ja, so dürfte das schon passen. So dürfte das schon passen. Können wir nochmal hier. Da, 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 da. Ne. So. Oder machen wir da gleich so? Ja. Machen wir da dann gleich. Da. Geht das in die Richtung? Ach so. Aha. Dann geht es da so rum. Und da geht es dann daneben lang. Okay. Das hätte dann zwei freigelassen. Es sieht so interessant aus. Muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Es lenkt mich so ein bisschen ab. So, ganz minimal. So, dann mal hier. Zwei frei. Das heißt, bis hierhin brauchen wir dann Platz. Wow. Ah! Wie ich diese Viecher hasse. Okay, dann geht es hier. Na ja. Okay, haben wir schon zu viel weggegrabben. Weil dann geht es hier rauf. Und dann... Ja, brenne. Ich kann es nicht verbrennen können. Wäre schön. Wäre ganz nett. Eigentlich so. So ein bisschen zumindest. Und dann können wir hier die Fackel hinpacken. Äh, nee. Warte mal. Hier so. Jo. Wird schon so irgendwie passen. So, diesen Teil werden wir jetzt wahrscheinlich... Wirklich alles per Hand machen. Danke sehr. Und da hinten schon der nächste natürlich. So die Rudelfiecher. Das müsste nicht sein bei denen. Dass die Rudeltiere sind. Das könnten... Hätten die sich sparen können. Ganz ernsthaft mal. Mojang. Mojang. Gäste sollten keine Rudeltiere sein. Ja, das ist es. So. Ach egal. Machen wir so. So und... Ähm... Machen wir hier noch zwei nach drüben. Geht das schon? Oh, hi. So, dann so. Noch zwei. Nee, warte mal. Das versetze ich nochmal ein bisschen rüber. Sodass dann hier die... Ecke ist. La 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 la. Nee, 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 nee. So. Moet man hier so näke? Ja. Ach, ja. Machen wir so. Machen wir so. 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 Das mache ich dann lieber nicht. Ähm... Ja. Ja, funktioniert sehr gut, wie man sieht. Ausgezeichnet. Und hier noch. So. Gut. Dann haben wir... Ah, zwei, drei, vier. Aha. Dann haben wir hier. Und... gehört hier noch. Da würde ich dann sagen... Eins, zwei, drei, vier. Ja. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann gehört das da schon eins weiter nach oben. Und den einen Block hätte ich mir jetzt sparen können. Er war aber wieder zu schnell, zu fahrlich abgebaut. Ja, sehr schön. Ach Gott. Diese Geists. Keine Manieren. Ja, zack. So. Bisschen zu ist wie die Wand. Ja, aha. Jawohl. Genau, das wollte ich auch sagen. Äh. Es gehört noch eins weiter raufgesisst. Oh, wir bekommen schon die erste Kundschaft. Nee, so. Hm. Gut, dann ist hier das. Dann gehört... Hier gehört das dann. Hm. Okay. Dann gehört das. Hier noch zwei weiter rüber. Leitfackel. Du musst hier leider weg. Sehr schön. Ausgezeichnet. Wow. Danke. So mag ich's. Hab ich das schon gesagt? Ja? Nee? Okay. Gut, jetzt wisst du das. So. Hier und da jetzt hin. So. Aha. Ja. Achso, der das nicht geladen ist. Sieht irgendwie so aus, als ob da irgendwie Redstone drunter wäre. Aber das käme ja auch ein bisschen eigenartig, ja? Aber hier so Redstone könnte man eigentlich hin platzieren. Ah! Könnte man das unterlassen, bitte? Ich bitte sie höfstlichst darum. Chatbag ist noch voll. Okay, den mach ich jetzt schnell fertig. Nein, nein. Nicht zu nah an die Lava dran, du Mist. Danke sehr. Da ist zwar ein Gast jetzt gefallen, aber die kann er sich sparen. Brauch ich nicht. Gut, dann ist der da oben. Dann haben wir vor dem Ruhe. Würde ich mal behaupten. So. Und hier dann haben wir die Wand. Ach. Zack, 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 zack. Nee. Eins höher, natürlich. Zack, zack. Ja gut. Ja gut, ich denke, das ist wieder weg, natürlich. Natürlich, natürlich. Und da gehört es dann hin. Würde ich jetzt ganz spontan mal sagen. Wird mich schon nicht treffen. Wird mich auch nicht treffen. Oh, ich bin schon zu weit weg. Okay. Gut. Aber das hätte mich getroffen, wenn ich Pech gehabt hätte. Hätte, 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 hätte. Und so. Und so. Und so. In dem Muster würde ich mal sagen, können wir das fortführen. Hier nach oben. Würde dann passen. Was? Zwei Blöcke frei. Gut. Es sieht für mich, ich bin mir da irgendwie nicht sicher, ob das jetzt so bei eineinhalb oder so denke ich mir ab, äh, bei zweieinhalb denke ich mir, das sind nur zwei oder bei, äh, ja irgendwie so. So, ich verschätze mich halt ein bisschen hier. Ja, fliege in die Lava, wo ich nicht hin kann. Super. Sehr schön, danke. So muss das sein. So, ich, ich habe irgendwie immer Angst in der Hölle, dass mein Jetpack ausgeht. So ein unwohliges Gefühl. Ich weiß nicht, woher das kommt. Gut. Ach, der hat mich beide abgeschossen. Gut. So, ein hier. Und dann ein hier. Gut. Na, so. Ich beende hier mal diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann vielleicht diesen Tunnel schon fertig bauen. Hm, ja. Also, äh, bis dahin und tschüss.